Hallo, also ich zeige euch hier mal einen L60 von Amprogio. Das ist ja derjenige, der ohne Begrenzungskabel läuft. Er hat Sensoren drin, die erkennt grün und alles andere fährt er nicht drüber hinaus. Also er erkennt nur grün und fährt nicht dann drüber hinaus. Dann hat er, wie man sieht, zeitlich diese Absturzsensoren, diese kleine Tasträder vorne. Das kann man hier schon zeigen. Man kann anhalten. Er hat hier vorne die Tasträder und das sind die grünen Sensoren und halt ein festes Messer. Und vorne und hinten hat er den Anschlagsbumper. So, und den muss man nur auf eine grüne Fläche setzen, einschalten und Start drücken. Und hier vorne hat er noch seinen Ladeanschluss. Ist jetzt ganz neu, seitlich hat er das an die Räder. Aber hier oben ist es natürlich besser. So, jetzt drücken wir mal wieder Start. Also er ist im Prinzip sehr leise. Er ist ein bisschen lauter wie die anderen. Aber im Alltagsgeschehen hört man es nicht. Also fährt er so ein bisschen vor und zurück und dann schaltet das Messer ein. Das ist ein sehr zuverlässiges und robustes Gerät. So, jetzt funktioniert es gartheit. So, jetzt geht es gleich. Alles G compet pac Ο hen 한 mal mit der если es in diesem Fall gibt es sonst jetzt이 erstmal auf dem bblühen. Aber im Alltagsgeschehen impulsen. Aber im Alltagsgeschehen KIRBY wird einfach zu verdienen. Aber in Alltagsgeschehen wünscht nichts mehr und ohne die Räder wie intoler Leibس. Und hier einfach können Merk beauty organizations sein. Und hier kommt es nicht như da W realities desu bucksigen nephew. Untertitelung. BR 2018